... ... Applaus Mir sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Ernst Huchs Meisterzeichnungen. Also ein Meister der Lithographie, der Zeichnung mit der Lithokreide. Diese Zeichnungen, die Sie hier sehen, sind normalerweise bei uns im Seefraum, also in der Villa, in den geheimen Gängen gelagert. Wir sind vor ein paar Tagen in der Ernst-Fuchs-Villa wirklich in die tiefen Katakomben, in die verschlossenen Räume hinuntergegangen. Und während ich Bilder sichte und Bilder suche, beginnt er aus diesem wunderschönen Lyrikband, der mit vielen Original-Lithographien versehen ist, zu rezitieren. Auf all your boats, you're going up the streams, on all your roads, you're asking what it means to end your journey in beginning. And as you fight, there is no winning, or in doom. I see them shining in your heart. So long with this, journey's stopped. Jetzt wird der Wald, wo du unige Stöhnen befasst. Herr Bar, mein Gott, ich deine Knechte, lass mich vergehen, deine Glanz. In unseren Augen, lass uns da einst im Ganzen schauen, wenn wir geduckt nun von dir ziehen. Von hier ist nicht gekommen, der Goldgut Weltgesicht, der Welten sein Gewinn, der immer da beginnt, der da singen spricht. Ich bin, der ich kann. Einer der größten österreichischen Künstler, der Gäber, Prostitz. Applaus Vielen Dank.